Teil 15 Nothing compares to you Sonntag, 8 Uhr Chrissy schnürte ihre Joggingschuhe und holte den Rucksack. Sie nahm den Ersatzschlüssel vom Haken und steckte ihn in die Seitentasche ihrer Hose. In der Wohnung war es ruhig, alle schliefen noch. Auch Blue rührte sich nicht. Sie war mitten in der Nacht aufgetaucht und hing wieder an Chrissies Ohr. Chrissy zog die Wohnungstür leise hinter sich zu. Die Shields wohnten in Rotherhithe. In dem Stadtviertel gab es stillgelegte Docks, die durch enge Kanäle mit der Themse verbunden waren. Früher schlängelten sich schmale, schwer beladene Boote durch die Kanäle, um kostbare Waren aus Indien oder Afrika auf den Docks zu löschen. Die Händler hatten ihre Warenlager damals direkt an die Kais gebaut. Einige standen heute noch. Sie waren zwischenzeitlich zu Lofts und Ateliers umgebaut worden. Rotherhithe hatte sich zu einer ruhigen Wohngegend mit vielen Familien gemausert. Sonntagmorgens war kaum jemand unterwegs und Chrissy genoss den Wind um die Nase, während sie entlang des Canada Water Kanals zur Themse rannte. Sie hatte ihren MP3-Player dabei und hörte Laurie-Musik. Laurie hatte ihrer Tochter Fotos, Fotoalben, noch mehr Fotos und ihre riesige Schallplattensammlung vererbt. An Lauries Geburtstag schaute Chrissy mit ihrem Vater die Bilder und manchmal alte Super-8-Filme an. Anfangs war das eine ziemlich traurige Sache. Die Erinnerungen setzten ihrem Vater mehr zu, als ihm gut tat. In den letzten Jahren war es besser geworden. Viel besser. Werner erzählte ihr jetzt mehr Alltägliches oder auch mal Witziges von früher. Es war gut. Laurie wurde für ein paar Augenblicke greifbarer, irgendwie realer. Seitdem Chrissy Pop und Rockmusik hörte, war ein neues Geburtstagsritual hinzugekommen. Sie legten Lauries Vinyl-Scheiben auf und suchten nach Lust und Laune Songs aus. Vater und Tochter digitalisierten die Oldies und brannten eine Mixed-CD. Dieses Jahr war die Ma-CD gigantisch gut. Chrissy hatte sich durchgesetzt. Sie wollte nur Frauen stimmen. Sennet O'Connor mit Nothing Compares to You, Carole King mit You've Got a Friend, Cindy Lauper mit True Colors, Tracy Chapman mit Fast Car und, und, und. Summend kam sie an der Fährstation an. Sie wollte ans Nordufer der Thamesse, zur Canary Wharf in den Docklands. Dort stand ein modernes Einkaufszentrum. Das weiße Fährboot legte gerade am Nordufer ab und tuckerte gemächlich herüber. Sie war der einzige wartende Fahrgast. Chrissy schaute sich um. Es war niemand in der Nähe. Sie sang lauthals Nothing compares to You. Als sie ganz selbstvergessen bei der zweiten Strophe ankam, blieb oben an der Flussmauer ein Junge stehen und starrte verwundert zu dem schwarzhaarigen Mädchen herunter, das falsche Töne über die Thamesse schmetterte. Der Typ grinste sich schlapp. Laut singen sollte sie eindeutig bleiben lassen. Trotzdem rührte er sich nicht vom Fleck und starrte neugierig hinunter zum Kai. Das Mädchen sah echt scharf aus. Erst als sie an Bord der Fähre verschwand, wandte er sich ab und lief summend weiter. Das Wasser des Flusses war grau. Chrissy beugte sich über die Reling und suchte im Trüben nach Fischen, die dort laut einem Zeitungsartikel wieder schwimmen sollten. Sie sah nur ein paar Pappbecher einer Fastfood-Kette vorbeitreiben und drehte sich um. Die Silhouette der Docklands beherrschte den Sommerhimmel. Sie passte zum neuen Jahrtausend. Kaum zu glauben, dass in diesem Viertel einst Hafenarbeiter, Huren, Matrosen und allerlei dunkle Gestalten auf engem Raum lebten. Helen, ihre Stiefmutter, hatte wahrscheinlich haarsträubende Geschichten aus dieser Zeit erzählt. Die Fähre legte an. Chrissy hüpfte auf den Steg und ging auf die Canary Wharf zu. Sie kaufte im Supermarkt knusprige Brötchen. Danach bummelte sie ziellos durch das Einkaufszentrum. Boutiquen, Parfümerien, Bankfilialen, Bücherläden, Cafés. Sie blieb vor einem gerade eröffneten Internetcafé stehen, schaute durch die Scheibe und ging kurzentschlossen hinein. Der Mann am Tresen gab ihr einen Zettel mit den Gebühren und sie setzte sich an den nächstbesten Computerplatz. Chrissy startete die Suchmaschine und gab den Begriff »britischer Geheimdienst« ein. Seitenweise links erschienen. Geheimdienste.org versprach interessante Infos. In Großbritannien gibt es drei offizielle Nachrichtendienste. Erstens Secret Intelligence Service, SIS. Der zweite Government Communications Headquarters, GCHQ. Der dritte Security Service. Chrissy las alles. Der SIS war in London. Voxhall Cross. Der GCHQ in Cheltenham. Cheltenham? Den Städtenamen hatte sie in den letzten Tagen doch irgendwo gehört. Chrissy druckte die Seiten aus, um sie Raymond zu zeigen. Sie wollte gerade zur Homepage vom CERN, als ihr Handy klingelte und Rose fragte, wo sie sei. »Bin gleich bei euch«, versprach sie. Sie meldete sich ab, verstaute die Kopien und bezahlte am Tresen.